Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Pack Opening von mir und ja, ihr seht ihr das Team der Woche, finde ich eigentlich richtig nice mit Robin in Form, eine richtig geile Karte, so wie Lewandowski in Form und Zlatan Ibrahimovic Hero, natürlich die Hauptkarte, dann haben wir noch Araraturan, auch nicht so verkehrt, De Bruyne, Second in Form, Heugmansson haben wir hier noch und Zambrano von Frankfurt und sonst haben wir nochmal zwei Man of the Matches und ja, dann machen wir jetzt einfach ein paar Packs auf, ich habe 2200 FIFA Points und gucken was wir ziehen, hier gibt es diese 25k Spieler Sets, dann machen wir hier das erste Mal auf, mal gucken was rauskommt. und der erste Spieler wird Non-Rare, okay, nur Scheiße, Vanyama, Kamara, okay, da brauchen wir ungefähr nichts, die können wir vielleicht mal auf Transferliste packen, der Rest kann weg, brauchen wir nicht. So, dann kommt das nächste Set und jetzt hoffen wir, dass wir mal einen besseren kriegen, wir kriegen ZOM, guck hier, okay, der ist schon mal nicht schlecht, die können wir direkt auf die Transferliste packen, ihn auch, jawohl, das fängt ja schon mal nicht schlecht an, also die ersten einigermaßen guten Spieler kommen hier und ja, machen wir mal vielleicht zur Abwechslung hier noch ein Set auf, 150 FIFA Points gehen drauf und wir kriegen Non-Rare, okay. Okay, dann machen wir jetzt nochmal so eins auf, obwohl, ja komm, haben wir ein 25k Set auf, da will ich dann aber auch jetzt was erwarten, wir haben jetzt noch 1000 FIFA Points und wen kriegen wir raus, Non-Rare, das gibt's doch nicht, EA ist das euer Ernst, Mann, ey, das kann doch nicht wahr sein, meine Fresse, was ist denn das von Kack, ey, Mann, das nächste Pack, machen wir auf, und es kommt raus, jetzt mit meinem Kracher, und jawohl, die Bräune, die Bräune habe ich gerade gedacht, aber Mertens ist auch nicht schlecht, okay, Busufa, Young Biva, die sind alle was wert, Mertens ist natürlich nicht schlecht, Busufa, ja, okay, die gehen alle vollkommen klar, ja, das passt, das geht auf jeden Fall klar, das Pack war jetzt mal nicht so verkehrt, so, haben wir jetzt 350, okay, machen wir jetzt noch, jetzt haben wir genau noch die FIFA Points, für einmal Foot Draft und hier kommt raus, Hazard, nein, Miralas, oh je, In-Law, Alves, okay, Na gut, wie machen wir das jetzt, machen wir jetzt nochmal, ich weiß nicht, ich glaube, ich spiele noch eine Runde Foot Draft, oder, aber wisst ihr was, Freunde, wir machen hier jetzt gerade noch die zwei Packs auf, für 150 FIFA Points, und hier kommt raus, in Form, Lewandowski, ja, Mann, yes, geil, Alter, ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, yes, Alter, Lewandowski in Form, ich glaube es nicht, das ist nicht, nein, nein, das ist jetzt auch nicht, Alter, nee, oder, ich glaube es nicht, Alter Schwede, ich habe Lewandowski in Form gezogen, ich habe Lewandowski in Form gezogen, Alter, nein, oder, ich habe Lewandowski gezogen, es gibt es nicht in einem 7,5 KZ, ich glaube es nicht, oh mein Gott, Alter, ich ziehe Lewandowski in Form, oh mein Gott, ich habe ihn nicht gezogen, Lewandowski, das ist jetzt nicht euer Ernst, geil, Mann, ich ziehe einfach Lewandowski in Form, Alter, der ist einfach mal, wie viel ist er wert, der ist einfach mal fast 400K wert, Alter, Leute, scheiße, fuck, aber auf Transferliste mit dem, geil, Mann, endlich mal einen gescheiten in Form, wo wir ziehen, und jetzt noch das letzte Pack, wenn da jetzt nochmal ein in Form rauskommt, ich rasch dir völlig aus, ich sag's euch, Freunde, und jetzt Robin in Form, ZM, boah, ich dachte gerade, Vidal, das wäre jetzt ja der Oberhammer gewesen, aber Alter, richtig geil, Lewandowski in Form ziehen wir einfach, mit dem hätte ich jetzt nie gerechnet, und dann zieht man einfach, Alter, ich ziehe echt, hey, ich kann's gar nicht glauben, Mann, da, Leute, seht ihr, Lewandowski in Form, Mann, Alter, das ist doch nicht wahr, oder, auf jeden Fall richtig geiles Pack Opening, lasst dafür auf jeden Fall mal einen Daumen hoch da, oder mehrere Daumen hoch, bitte, wäre richtig nice, und Mertens haben wir auch noch einen guten gezogen, mit Koke haben wir auch noch einen recht guten, und das war jetzt mal ein richtig geiles Pack Opening, aber einfach Lewandowski, ich kann's einfach immer noch nicht fassen, und ja, das war's, Freunde, wäre geil, wenn ihr ein Like da lässt, ein Abo, und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, Peace!